Wir sind kurz nach 15 Uhr zu einem Lkw-Verkehrsunfall mit Menschenrettung alarmiert worden. Wir haben unverzüglich ausrücken können, weil wir schon eine Einsatzmannschaft im Feuerwehrhaus gehabt haben, weil wir fünf Minuten vorher zu einer Fahrzeugbeergung alarmiert worden sind. Bei der Lagerkundung haben wir relativ rasch festgestellt, dass der Lenker bereits aus dem Lkw gerettet wurde. Wir haben dann in erster Folge Ölsperren errichtet und es wurde die Berufsfeuerwehr Linz mit einem schweren Kran und unser Bezirksstützpunktfahrzeug aus Bad Leonfelden mit einem schweren Kran hier nachalarmiert. Und in einer vier Stunden langen Arbeit konnten wir jetzt den Lkw so weit bergen, ohne dass weitere Betriebsmittel, Schadstoffe ausgeflossen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017